Herzlich Willkommen zum Tag der offenen Gärten und zwar organisiert und ausgerichtet von dem LWL sowie von der Stadt Hamm. Und zwar hier in unserem Garten auf der Ostenallee 55 in der Casina Bianca. Und mein Name ist Bianca Bommes-Hüsken und ich präsentiere Ihnen meinen Garten. Der Garten auf der Ostenallee birgt Besonderheiten. Zum einen haben mein Mann und ich uns entschieden, den Garten nach den fünf Elementen und zwar aus dem Feng Shui anzulegen. Der Hintergrund ist, dass sich durch die Pflanzweise und die Anlage der Pflanzen- und Gartengestaltung das Leben und das Wachstum im Garten gut beflügeln soll. Der zweite Aspekt ist das Thema Almut und Erich Lütgenhaus. Das waren die renommierten Künstler hier in Hamm, sehr bekannt durch Skulpturen, durch wunderschöne Bildhauerei und durch Gemälde. Und Erich und Almut Lütgenhaus haben in diesem Garten gearbeitet und gemalt. Und in diesem Haus finden wir an vielen, vielen Stellen sehr schöne Reliquien und wieder unzeigbare Kunst. Und die möchten wir sehr, sehr gern der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Wir laden Sie oder Euch ein. Wer Natur interessiert, Garten interessiert ist oder einfach interessiert an Kunst und Kultur hier in Hamm, der möge gerne einfach unser Haus und unser Garten besichtigen. Die Ostenallee 55 bei Bianca Hüsken Immobilien. Dankeschön. Dankeschön.